So, Bäm, da sind wir wieder bei, äh, Fak-Ti, wie ist das Ding? Fak! Fak, bei Fak-Tino! Nein, äh, Fak-Torio! Fak-Torio, genau. Und dieses Spiel ist, ja, wie könnte man es anders nennen, unfucking fassbar Mieze! Genau! Ich muss noch ein bisschen warten, dass ich mich das hier herstelle. In der Weile mache ich mir mal ein kleines Erfrischungsgetränk auf. Äh, sag mal, welche Farbe ist dir lieber? Grün, schwarz oder rot? Schwarz oder rot? Hm. Schwarz! Schwarz, okay, das schmeckt am besten. Also, doch Kaffee. Nein, ich habe mir nämlich heute, als ich bei, äh, also, als ich bei meinem hiesigen Einkaufsladen, äh, Einkaufen war, sozusagen, ähm, habe ich gesehen, dass Rockstar Energy, ich trinke ja Monster persönlich lieber, aber, ja, gut. Schleichwerbung. Schleichwerbung, ja, ja, ja. Ach, ach man, wie hieß denn, wie heißt das, die Schleichwerbung, sondern, ähm, irgendwas, ach, ich weiß es nicht, wie, wie das hieß. Äh, Produktplatzierung, genau. Ach ja. Äh, ja, hier, Reflink zu Amazon ist in der Videobeschreibung. Ähm, da, äh, äh, genau, Ritalin. Ähm, und, pass auf, das war halt im Angebot, eine Dose, ein Euro, das Schmilion, nimmst du mit. Haben wir gleich mal von, von jeden Dosen zwei geholt und da hatten sie zwei neue im Angebot, zwei neue Sorten. Und zwar ist das einmal, äh, Frozen Watermelon und das andere ist Frozen Lime. Also, Limette. Ähm, das, ja, das Ding ist zumindest bei, bei, äh, wie ich es jetzt so sagen kann, und das Produkt jetzt schlecht zu machen, aber es schmeckt beides scheiße. Abgesehen von dem, von dem schwarzen, ändert sich das, ja, super tasty, bla bla, das, das mit der schwarzen Dose halt, das normale. Aber ganz im Endeffekt, das Rote hab ich aufgemacht und den ersten Schluck und hab schon mal instant gemerkt, dass mir so ne, so ne ganze Wand von richtig künstlich, durch dieses Künstliche schmeckst du da richtig raus. Und das ist, äh, empfinde ich irgendwo als ekelhaft. Das empfindest du also irgendwo als ekelhaft? Ja, als, naja, ist doch so. Es zockt dir so einiges, äh, in dir zusammen, oder? Ja, so ziemlich. Also, ich sag mal so, ich hau mir jeden Tag eine Flasche Cola rein. Und das ist schon für den Normalmenschen, ähm, vielleicht ein bisschen ungesund. Eventuell. Eventuell. Aber das hat, äh, wie kann man ein Getränk übersüßen? Okay. Das geht ja gar nicht. Das ist, ja, Kunst, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja, und Kunst kommt von Können. Denn wenn's nämlich von Wollen kommen würde, wird's nämlich Wunst heißen. Wunst, hör auf. Ja, hat mein Vater immer gesagt, find ich klasse. Komm, ich, äh, ich hab jetzt Durst hier. Ist dein Vater Künstler? Äh, nein, mein Vater ist, ähm, Messtechniker. Ähm, er sorgt zumal, ähm, unter anderem dafür, dass du mit deinem Handy telefonieren kannst. Sozusagen. Ah. Ja. Und dann macht die Strommasten hier, die, die wir hier auch haben. Die macht der auch. Ah, ja. Hm. Also wenn mal wieder die Leitung nicht klappt, dann ist der Vater von Maltur schuld. Ja, genau. Oder mein Bruder, der macht das selber. Wahnsinn, ich zähle doch einfach nur einzunitzen zu haben. Ja, es ist leicht, ne, sich einfach ein, ein, ein Opferlamm zu suchen. Der Opfer. Der Opfer. So. Ähm, wir haben jetzt hier eine Produktion für Fließbänders. Ich frage mich. Wo wird denn das hier rein? Ich mein, hier ist doch. Okay, hier ist das so. Ja, die, da, die, da. Awesome. Aber wie wird? Ich sehe gerade was. Ich frage mich gerade, wie das kommt, dass, dass da das grüne Zeug reinkommt. Was ist denn für das grüne Zeug? Wie das grüne Zeug? Kupferkabel und, und, Kupferkabel und, und. Ach, das wird hier, ach, alles klar. Es ist schon spät. Es wird hier produziert. Ich hab's gar nicht geblickt, ey. Dash wird hier produziert. Und warum ich nicht das? Ich bin auch so. So hohl ist niemand. Außer ich. Ich hab in der letzten Folge total scheiße gebaut. Mein ganzer, mein ganzer Plan war zu nicht. Ich habe, ich wollte eigentlich so eine eigenständige grüne Flüssigkeitsproduktion machen. So ein, so ein, das Wissenschaftspaket 2. So. Ja, das ist, das ist eine gute Idee. Ja, so. Das hab ich aber abseits gebaut. Ich, Dämmel, hätte das eigentlich praktischerweise an den, ähm, Labors gleich mit dran bauen können. Hm, ja, das hättest du wohl tun können. Soll ich nicht so überhaupt machen, hier. Ja? Ja? Ne, die haben wir. Ach, genau, diese da. Die da, die da, die da. Oder die da. Aber das ist in die da. Ach, das kann das nicht. Das kann das nicht? Ne, das kann das nicht. Ja, gut, dass wir das als Forschung ausgenommen haben, denn die normalen Montagemaschinen können nur zwei Dinge zusammenführen. Okay, ja. Wir benötigen also das, äh, ähm, das Ö, die Montagemaschine Nummer zwei, denn diese kann bis zu vier Bestandteile zusammen zu einer machen. Okay, das machen wir ja gerade. Richtig. Das machen wir quasi gerade noch von Hand. Das müssten wir aber nicht von Hand machen, wenn wir den in der Maschine schon erhalten. Ich möchte nämlich die Tider-Fliesbänder auch direkt herstellen. Und dafür brauchen wir die Verbesserten. Alright. Ich muss mal hier runtergehen, zerkauchen. Wieder unten. Wieder oben. Da, guck, 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 guck. Wo bist du? Äh, ach, da. Und du? Ja, hier, hier, Fliesbänder. Ja, okay. So, und hier geht es gleich weiter mit den anderen Fliesbändern, mit den Teilern. Ah, okay. Hm. Oh, ja, genau, hier kann man das direkt mal demonstratieren. Ah, hier, okay. Brauchen wir doch hier... Ah, so, also das kann man... Cool. Da kommt das hier raus. Geht hier rein, geht hier rein. Geht hier in die Doppelverteiler-Produktion. Interesting. Ich mach mich mal weiter hoch an die, an die, ähm, Produktion von grüner Flüssigkeit. Ja, ich mach mich mal so. Ja, ich... Ich sag ja nur... So. So, das wäre nämlich von hier. Hier. So. Ähm. Dann nehmen wir von... Ah. Krieg ist beendet. Awesome. Das ist richtig, richtig gut. Denn das ist genau zeitig... Wunderbar. Oh, ich nehm mich direkt mal eine von... Greifarme können ein Gegenstand mehr aufnehmen, wenn sie ihn von einem Lager in ein anderes transportieren. Soll ich mal? Greifarm, Stapel, Größenbonus? Oder soll ich irgendwas anderes? Das klingt eigentlich gar nicht so verkehrt. Okay, dann freu ich dich das mal. Ach, das ist wohl so. Na, komm. Oh Gott, jetzt muss ich mal überlegen, ey. Ja, was soll denn das? Okay, und dann... Ja, jetzt muss ich mal überlegen, aber... Ja. Ja, ich werde... Ich werde mal überlegen, dass ich mich nicht wieder anziehen. Ich werde mal überlegen, dass ich mich nicht unternehmen. Ich werde noch nicht unterhalten, denn ich will ja nicht im Umbrot. Ich werde mal überlegen. Ok, das geht so, wir machen das rein, dann brauchen wir noch Greifarme. Ja, das gefällt mir, das gefällt mir, Bandabra. Wenn ich etwas abbreche von, von, ähm, ja, vom Bauen her, also bei mir, kriege ich dann die Materialien wieder? Ähm. Ja, doch, doch, kriege ich wieder. Ja, 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 alles, alles, okay. Ja, kann ich den gerne, ne? Ja, bitteschön. Das ist mal ein richtig schönes Beispiel, also, na, ja, doch, schön. Ja. Weil, guck, guckst du? Wo, ist, 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 wo bist du? Da unten bist du. Oh, aha, aha, okay, ja. Ja, der, ne, ja, Hauptstraße wird nur ganz kurz unterbrochen, wird wieder zurückgeführt, damit ich weiter fließen kann. Das ist ja schön. Ah, und jetzt wo oben kriegen wir dir hier einen Stein, ey, das ist, das ist nicht cool, ey. Gut, aber irgendwann ist das mit dem Stein auch vorbei. Hm. Kann man nicht irgendwie was entfernen, einfach? Bitte? Wie, was entfernen? Hm, indem man jetzt irgendwie irgendwie was, das weg sprengt, geht was? Kannst du was weg sprengen? Ja, der Stein hier, der ist doch jetzt im Weg, oder nicht? Ach so, ach so, ne, da bauen wir einfach drüber. Ach so. Ist kein Problem. Okay. Der liegt dann halt da drunter. Ja. Für den Moment, bis der dann vielleicht irgendwann mal weggebaut wird. Ja, okay. Aber jetzt haben wir hier die Tyler-Fliesbänder und hier die normalen Fliesbänder. Das ist richtig, richtig. Das ist ja Aves-Homme. Ah, und somit führt das die Hauptstraße weiter fort. Richtig. Aber, da ist irgendwas hier mit unserer... Hier, äh, grünen Teile-Produktion. Ah, okay. Wollen ja los. Los, warum kriegt der nix? Der braucht Stahl. Oh, Stahlplatten. Ah, ach, sieh mal an. Hä, warum hat das jetzt gestoppt? Da lagen Steine drauf. Ah, ja, das war ja das, was ich vorhin meinte, was ich versucht habe, dir zu fragen. Dass er dann halt merkt, oh, da liegen Steine drauf. Ich kann nicht das produzieren, was er mir sagt. Der nimmt das einfach und produziert dann das, was müssen wir halt dann da rausnehmen. Das ist aber nicht schlimm. Im Prinzip kann man hier, hier unten, so einen intelligenten Greifer am Hinmachen, der dann weiß, ah, er muss die ganzen Steine da rausziehen. Ja, okay, also mein... Aber siehste, ähm... Oh, mein Tor. Ja, jetzt. Oh, es hat gelaggt. Ja. Ja, okay. So, jetzt habe ich direkt gemerkt, ah, hier stimmt was nicht mit unserer Produktionslinie. Irgendwas ist da los, dass die Grünen nicht nachkommen. Deswegen habe ich nämlich die Kisten da weggenommen. Weil hätten wir jetzt da Kisten gehabt, ne, dann hätten wir das vielleicht gar nicht mitgekriegt. Dass da plötzlich was im Argen ist. Also, dass da oben, äh, nicht weiter produziert wird. Wenn hier immer halt, ähm, das Produkt, was wir haben wollen, anliegt, dann ist das gut. Gehen wir nicht weiter? Ich bin hier gerade an der Forschungsproduktion hier weiter am Tüfteln. Ja, es geht, es geht, es geht. Hier produziert er, wie so. Aber hier... Warum tragen die... Ah, guck mal hier. Haha. Ja. Ich frage mich gerade, warum die... Doch, kalt... hä? Jetzt gehen hier die auch gerade nicht weiter, weil da jetzt die ganze Zeit, ähm, Steine gelagert wurden. Na toll. Ja. Die Ziegelsteine halt, ne? Hm. Aber ich frage mich jetzt... Ja. Wird das hier denn fortgesetzt? Ich meine, das ist... Wenn ich das jetzt zum Beispiel rausnehme... Ist... Ja, wird es. Ja. Nice. Ja. Im Prinzip schon. Genau. Okay. Das da rein, das da rein. So. Wenn wir jetzt aber hier oben, ne? Hier haben wir ja Platz. Gehen wir einfach hin. Und bauen Produktionsstraßen für den Knickarm-Roboter und das Lieferband. Äh, Fließband. Okay, Fließbinde habe ich schon. Jaja, aber eine Produktionsstraße, ne? Ja. Gut. Dann tue ich... Dann lass dir Zeit damit, weil dann tue ich alles, was ich hier an... An Materialien für das... Äh, für das grüne Flüssigkeit habe, tue ich da einfach rein und fertig. Also in die Kisten. Das ist jetzt nur so provisorisch gemacht. Ja. Ja, das war... Das war eben mal schnell noch... Nein, nein, das ist doch gut. Ja, ja, okay. Ja, ist doch gut. Das war halt... Das war halt eine Produktion haben. Ach, du bist ja ein großer Junge. Oh, dann gehe ich hin. Ach, ich baue ein bisschen Kohle hier. Okay, das kann jetzt eventuell ein wenig... Das ist, was sie sagt. Was? Deine Freundin sagt also zu dir, oh, du bist ja ein großer Junge, du bist ja ein großer Junge. Ja, manchmal, wenn ich aufmutterung brauche. Oh, okay. Wohl. So. Hm, hm, was soll man hier? Dann liegt wieder Stein drin hier, ne? Hm. Ah, ja, 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 ja. Der hat hier... Immer wieder so Steine, ey. Das hat Steine. So, das ist eigentlich auch hier voll, eigentlich. Nur so wie die hier. Ja, dadurch, dass die Hauptstraße halt voll ist, gehen die Steine jetzt gerade alle hier nach oben, auf diese obere Linie. Ah, okay, cool. Das ist im Prinzip auch nicht schlimm. Weil wir die brauchen, wir brauchen die ja auch für den, für den neuen Ofen. Alright. Boom, boom, boom. So, was haben wir? Was können wir denn noch erforschen hier? Elektrotechnik. Elektronischen Schaltkreis, Prozessoreinheit. Puh, ja. Das muss ich noch. Das muss nicht sein. Intelligente Kisten, rotes Kabel, grünes Kabel. Warte mal, die Elektrotechnik, die ist gar nicht so verkehrt. Denn, was wir da drin haben, ist fortgeschrittene Materialverarbeitung. Und das ermöglicht uns die Elektro-, äh, die Lichtbogenöfen. Und das ermöglicht uns Luftfahrt. Und Luftfahrt ermöglicht uns Logistikroboter. Das ist eine total geile Sache. Denn damit musst du nicht mehr zu irgendeiner Kiste hingehen und sagen, hm, ich brauche jetzt hier mal eben 300 Steine sowieso, bla bla. Sondern, du gehst hin und sagst, hm, ich brauche hier das und das. Und dann kommt ein Roboter zu dir gefliegt und gibt dir das und das, was du brauchst. Das ist ja awesome. Okay, warte. Tee? Äh, dann heißt, wir brauchen, wir machen jetzt fortgeschrittene Elektrotechnik. Richtig. 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 Das dürfte eigentlich so hinhauen. So. Und nachdem wir das gemacht haben, brauchen wir dann halt, äh, hier, Luftfahrt, ne? Und dann eben die Logistikroboter. Für die Logistikroboter brauchen wir allerdings noch Elektromotoren. Und können wir noch gar nicht machen, ne? Warum tut er, warum... Okay, aber er nimmt das hier nicht aus der Kiste, warum nicht? Er soll das ja nicht... Also der Strich heißt, er nimmt es von und der Pfeil heißt, ihn tut es rein. Er heißt, er nimmt es jetzt hier von der Kiste hier rein. Aber der obere, der hier, der hat das gerade nicht, als das hier leer war, von der Kiste hier rein geht. Das ist, das ist, das ist auch gar kein Problem, weil, die liegen da nur zwei Stück rein. Aber wenn du da mal reinguckst, ne, dann liegen da 46 Knicker am Roboter und 28... Das ist richtig, die hab ich da jetzt manuell reingepackt, weil... Ja, genau, aber das ist nicht schlimm. Ja, aber die Produktion ist ja gestoppt gewesen, sozusagen. Ja. Das macht aber nix. Okay. So. Ähm, da wir das ja jetzt schon hier so haben, können wir uns auch mal überlegen, ob wir... ...den Laborbereich nicht quasi einfach ein bisschen größer machen. Und dann, ähm... Ja, da einfach größer bauen. Hm. Können wir machen. Können wir durchaus tun. Also von hier, ähm... Da greifen wir uns dann von der Hauptstraße. Okay, das ist jetzt ein bisschen... Ähm... Ne, 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 ich würde es anders machen. Ich würde die zwei hier weg machen. Die, die obersten zwei. Okay, an der Seite. Wo ich, wo ich hier drüben bin. Wo ich hier drüben am Seinen bin. Genau. Äh, wir verlegen das einfach alles hier rüber. Denn, wir können hier unten von der Hauptstraße unsere ganzen Dinger einfach abgreifen. Okay. Nach oben. Weil sonst müssten wir den ganzen Kram wieder zurückführen. Ne, dann hätten wir hier, ähm... ...wieder eine Straße, die hier hochläuft und... Stimmt. Dann hätten wir ja noch mehr durcheinander. Weißt du, hier ist nur Produktion und alles, was dahinter kommt, das nutzt. Okay, aber das, meine ehre Überlegung wäre jetzt gewesen, die zwei hier wegzunehmen. Die zwei Dinger hier. Ähm, und dann von diesen, diese zwei Greifarme einfach eine Straße weiterzubauen. Hier so hoch und dann hier alles voll machen mit, ähm, Forschungsdingern. So, dass es dann von hier die Produktion einfach, dass die Produktion gar nicht stoppen braucht. Dass die einfach dann hier hoch geht. Das können wir gerne machen, weil wir machen das einfach hier drüben. Da machen wir eine, eine Lauf-, ein Fließband, was die ganze Zeit um die, um die Dinger herumläuft. Und auf der einen Seite von dem Fließband rote und auf der anderen Seite grüne hat. Oder so. Das wird ziemlich awesome. Da machen wir nämlich auf der einen Seite, äh, meinetwegen rechts machen wir den roten Strang und links machen wir den grünen Strang, sodass die dann da drauf gelegt werden. Weißt du? Jo. So, die Produktionen, die, äh, laufen dann hier hoch. Was, was brauchen wir denn überhaupt? Wir brauchen, äh, Robert, Knickerarmroboter und, äh, Larsen. Ja. Greifarm. Feuerte. Genau. Okay. So, und für die, für die, äh, für die roten brauchen wir Kupfer und Zahnräder. Ja. Eisenblatt, ne, ist auch hier unten drin, ja. Machen wir das. Dann ziehen wir jetzt hier wieder ähm So, und dann brauchen wir hier Straßen gemacht. Bitte? Straßen habe ich noch ein paar gemacht gerade. Gut, da hättest du eigentlich auch nur hier unten hingehen zu brauchen, um dir die da rauszunehmen. Wo? Na, da, wo wir die herstellen, ja. Wir stellen die Straßen her. Ja, ja. Direkt neben mir. Das aber. Ja, ja, ja. Krass, mh, da sind auch nur 439 Straßen und Oh, okay. Mhm. Stahlkiste. Mit. Ziegelstein. Ah, wurde so beendet. Das heißt, wir können jetzt von der Elektrotechnik, ne Quatsch, hier hat er fortgeschrittenen Elektrotechnik, können wir gleich Ah, ne, können wir nicht. Ne, ne, ne. Elektromotor benötigt das. Elektromotoren. Das ist auch. Benötigt die dann machen wir Motor als nächstes. Den normalen Motor. Und dann vom normalen Motor aus in Richtung, ähm, ne, Flugdöns. Was soll das irgendwann mal hinkriegen? Richtig. So, jetzt haben wir hier. Dann baue ich mal noch Forschungszentren, ein paar. Da brauchen wir ja noch einige. Ich weiß jetzt gerade nicht und wie viel habe ich jetzt hier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, ne. Zehn Stück. Aber auf jeden Fall fehlt das, Alter. Dann dürfte das eigentlich hinkommen. Das ist schon mal da rausgezogen. Haben wir hier Stahl, äh, Eisen. Kupfer? Was wollen wir noch? Was, was wir da schon drauf liegen haben? Also für, für, ähm, für das Rote brauchen wir halt Kupferplatten und Eisenzahnrad. Eisenzahnrad, es wird hier nicht produziert, aber das ziehen wir einfach, machen, produzieren wir einfach aus dem, was wir da rausgezogen haben. Ja, gut. Und für das, für das, äh, grüne brauchen wir ein Greifarm und ein Fließband. Das Fließband braucht Eisenplatten und Eisenzahnräder. Und die Greifarme brauchen die Schaltkreise, Eisenzahnrad, Eisenplatte. Das heißt, Eisenplatte und Eisenzahnräder brauchen beide. Ja. Das Dings braucht Kupferkabel. Müssen wir auch noch. Drei Stück für ein... Ja, Kupferkabel haben wir auch. Okay, dann ziehen wir erst die Kupferkabel da raus. Na gut, nee, Moment, Moment. Wir haben doch eine Produktion für, für das, für das, für das, für die grünen Schaltkreise doch schon. Da brauchen wir doch gar nicht das Kupferkabel rausziehen. Richtig. Aber wir brauchen noch die Kupferkabel, oder? Nee, wir brauchen nur die Kupferkabel für die, äh, für die elektronischen Schaltkreise. Die wir wiederum für die Greifarme benötigen. Und das sind die einzigsten. Sonst brauchen wir nur noch Eisenplatten und Eisenzahnräder. Sehr gut, sehr gut. So. Für das rote, ja. Kupferplatten brauchen wir für das rote. Das heißt, wir müssen dann nur noch einmal gucken. Ja, hast du hier schon Kupferplatten rausziehen? Ach, Quatsch. Knickarm. Welcher Arme macht man denn da? Den normalen Greifarm oder den roten, oder? An. Soll ich mal am dümmsten, äh, intelligente Greifarme machen? Dass wir denen dann notfalls sagen können, hier, greif mal das, greif mal das. Können wir das so an können? Ja. Ja, ja, können wir schon. Guck mal. Braucht man denn, oh Gott, wie, was? Wie viel brauchen wir denn da? Wenn wir halt jetzt zehn Forschungsstationen haben, brauchen wir... Oh Gott. Wie viele Greifarme? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Wird einfach so entschieden. Wir bauen die einfach. Wir bauen die. Wir ziehen uns das raus, was wir brauchen. Genau. So, dann ziehen wir die jetzt erstmal hoch. Hop, 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 hop. Sicher ist das bis da hoch? Mach du jetzt? Ja, ja, klar. Okay. Ich kann ja auch mal schon mal die Stromtrassen hier fortführen, oder nicht, oder? Ach, die kann ich auch von hier eigentlich. Oder? Da kommt drauf an, wo wir damit anfangen, mit dem, mit den... Weil ich würde hier so eine Art Straße einfach machen, weißt du? Das passt sogar perfekt, wenn wir von hier unten anfangen. Perfekt, Alter. Perfekt. Äh, äh, äh. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Und... Eins, zwei, das noch. Eins. Zwei. Drei. Vier. Nein! Fünf. Alright. Okay. Ja, ja, sch... Genau. Genau. Oh, warte. Ja, das war blöd gedacht. Äh, genau. Wir müssen ja erst noch produzieren. Nee, äh, ja, ja, stimmt, auch noch. Aber das können wir ja schon mal hier machen. Also hier, wo ich jetzt stehe. Und hier. Und hier. Haben wir ja auch noch Platz. Also das ist so nicht das Problem. Ey, Platz... Platzproblem haben wir nicht. Ja. Das ist alles cool. Ähm, ja. Wir ziehen die aber vorne noch mal weg. Iiii. Okay. Können wir erst mal produzieren und so. So, dann bauen wir jetzt erst die roten. Okay, die roten erst. Äh, greif einmal. Ähm, die roten Flaschen. Für die roten Flaschen brauchen wir Zahnräder und Kupferplatten. Die Kupferplatten kommen schon so an. Die Zahnräder müssen wir noch bauen. War gar kein Problem. Ähm, ja. Machen wir einfach hier. Guck mal, da baue ich schon mal eine Montage. Montagegedöns baue ich hier schon mal. Sag einfach, wohin. So. Ja, Moment. So, ne, dann haben wir wieder hier unsere, unsere, äh, Straße, aus der wir das alles abziehen. Äh? So. Ähm. Und jetzt hierhin einfach. So, was müssen wir alles herstellen? Wir müssen die Zahnräder herstellen. Ja, einfach nur Zahn, Zahnräder. Hör mal da. Die Zahnräder, die Kupferplatten kriegen wir so. Genau. Nicht direkt davor, da, da ziehen wir jetzt noch die, die drei Stränge da lang. Ach so. Jetzt. Ach, da, da ist er. So, wir brauchen die Flaschen. Da haben wir die zwei Sachen drinnen. Das heißt, äh, da kommen die Flaschen und dann kommt hier, okay, ein bisschen tiefer. Die können auch übergeben werden. Wohl. Ne, die müssen nicht übergeben werden. Die können da direkt rausgezogen werden. Nimmt er den da raus. Hier grabt er sich das von dem Fließband und dann macht er hier die... Daaaann... Arme, Arme, Arme. Genau, dann macht er hier die Arme rein. Ne. Doch, hinten macht er die Arme. Genau. Wer das da... Der muss den hier abnehmen. Der den da rüber... Äh, Moment. Ne, ne, da kommen doch die Flaschen. Die Raunen. Ach so, die Raunen. Die Raunen Flaschen. So, bitte jetzt. So. Dann haben wir jetzt da. Dann kann der den da nämlich schon direkt in den... auf die Straße führen. Okay. Ich höre was. Okay. Gut. Ach, Quatsch doch. Das war doch richtig. War doch richtig. Dass wir das da schon direkt runterführen können. Äh, habe ich keine Untergrund mehr? Ja. Holy Crap, wir sind schon bei 35 Minuten wieder. Dann wird es wohl wieder Zeit. Einmal. Für ein Folgenpäuschen, ne? Also, bis denn. Bis zur nächsten Folge. Wenn wir hier... Oh. Wenn wir die nächste Technologie wählen. Ha. Bis denn. Tschüss.